Ihr wollt die Karol Pirito heißt, starten und als Einzelspieler auch beenden? Ja, dann müsst ihr beim Ausspielen der Insel nicht alles mögliche machen, was viel zu viel Zeit kostet, sondern als Einzelspieler das Optimale, die optimale Vorbereitung auf Einzelspieler bezogen, werde ich hier im Video euch zeigen, damit ihr mit vollen Taschen rausgeht. Deswegen, wenn ihr es wissen wollt, einfach dranbleiben, viel Spaß dabei! So, die Insel ist nun mal groß und man kann sich hier verlaufen, man kann hier das ganze Geld finden, was man finden möchte, jeden Cent, alles Mögliche, aber alles ist uninteressant, wenn man nicht genau weiß, wie viel können wir überhaupt im Finale selber tragen. Das ist ja das Entscheidende und danach gehen wir einfach mal vor. Im Finale selber können wir nur einen Geldbeutel tragen, das haben wir ja bei uns, und das Hauptziel passt zum Glück immer rein, also diese 1,1 Millionen, 900.000, je nachdem, was für ein Ziel ihr als Hauptziel habt, die nehmt ihr auf jeden Fall mit, plus ca. 390.000 GTA-Dollar, die ihr tragen könnt. Für diese 390.000 GTA-Dollar reichen zwei Geldverstecke auf der Insel aus, wenn ihr zwei Geld- oder zwei Drogenverstecke, also ihr wisst, pro Versteck kriegt man ungefähr genug raus, sodass man nur zwei Stück finden muss, um dann voll zu sein mit dem Geldbeutel hier. Allerdings reichen diese zwei Verstecke nur dann aus, wenn ihr im Keller, oder beziehungsweise wenn ihr den Funkturm gehackt habt, müsst ihr sämtliche Räume auf Geld untersuchen. Das ist wohl anscheinend erforderlich, weil sich dadurch die zusätzliche Beute erhöht und dadurch die Wertigkeit eines einzelnen Unterstandes. Als Beispiel jetzt, ich habe diese gleiche Vorbereitungsmission einmal gestartet, dabei aber nicht die ganzen Kellerräume durchleuchtet und auf der Insel drei versteckte Geldquellen gefunden, die insgesamt bloß 325.000 GTA-Dollar wert waren am Ende. Ich habe nicht verstanden, warum das auf einmal so wenig war, weil ansonsten kann ich nicht mal zwei Stück leer räumen und hatte dann 390.000 in der Tasche. Also ihr versteht, was ich gerade meine, dass wohl anscheinend die Geldverstecke von der Wertigkeit her abhängig sind von den ganzen Ressourcen, die man dann doch am Ende findet und das lässt sich ganz einfach erhöhen durch die Kamera, die in den Kellerräumen gerichtet ist. Jetzt kann sich der eine oder andere fragen, warum soll ich überhaupt zwei Verstecke auf der Insel finden, wenn im Anwesen selber ganz viele Geld- und Goldverstecke noch sind. Ja, ganz einfach, diese Verstecke könnt ihr nicht öffnen, das geht bloß mit minimal zwei Personen. Also ihr müsstet einen Mitspieler haben, damit man zu zweit Karten in diese Slots reinstecken kann, bevor sich die Tür dann öffnet. Das geht nicht anders. Dementsprechend müsst ihr das Geld als Einzelspieler hier auf der Insel in solchen Versteckmöglichkeiten finden und rausholen. Ja, die Geldverstecke sind idealerweise auf meine bevorzugte Route für das Finale. Ich habe die bevorzugte Route von mir eingezeichnet. Ihr könnt natürlich eine andere Route auswählen. Warum ist die Route so, wie sie ist? Ja, ganz einfach, bei Punkt 1 finde ich ein Motorrad. Oftmals ist am Flughafen kein Motorrad im Finale zu finden. Ich fahre mit einem Auto also zu Punkt 1, um ein Motorrad zu benutzen. Mit dem Motorrad bleibe ich in der Küstennähe, vor allem dann zu Punkt 2, weil dort einfach Unterschlüpfe sind und auch meistens Geld verstecke. Wenn ich am Flughafen keinen Bolzenschneider und eine Kleidung finde, die ja auch wichtig sind, dann finde ich eins von diesen beiden Sachen auf jeden Fall in der Siedlung da bei Punkt 2. Danach fahre ich mit dem Motorrad Kreuz und Körbe die Karte, um einfach Wachen auszuweichen. Diese Route bietet sich da einfach bei an, um dann aber nicht durch einen Engpass zu gehen, wo ich wieder Wachen sind, wobei ich das durchaus könnte. Ich fahre aber ganz gerne einfach hoch auf den Hügel, um dann einmal durchs Wasser zu schwimmen, um zu Punkt 3 zu gelangen. Dort sind dann auch wieder Unterschlüpfe, wo ich Geld rausholen kann, um dann weiter danach zu Punkt 4 zu gelangen, wo nachher dann ja auch das große Geschäft stattfinden wird. Das ist meine bevorzugte Route und in diesem Bereich spähe ich alles aus, um dort eventuell also die Geldverstecke zu finden. Wie sehen solche Geldverstecke jetzt eigentlich aus? Ihr könnt es da hinten sehen im Bild, so sieht ein Geldversteck aus und deswegen erklärt es auch, warum wir einen Bolzenschneider brauchen. Diese Geldverstecke sind mit einer Kette versperrt. Diese Kette müssen wir mit einem Bolzenschneider durchtrennen, weil wir sonst nicht mehr still und leise sind, weil wenn wir sie mit einer Sprengladung öffnen, was auch geht, dann ist still und leise vorbei. Der Bolzenschneider, da liegt einer rum, den müsst ihr finden, damit ihr das Tor jetzt aufknacken könnt. Bloß diese Bolzenschneider, die sind echt sehr schwer zu erkennen, wie ich finde. Man muss da schon ein bisschen genauer hingucken, dann ein Foto machen und zu Pavel schicken. Das gleiche gilt auch für die Kleidung, die befindet sich in einer Kiste, die grün ist, aber doch deutlich leichter zu sehen. Auch hier ein Foto machen und Pavel schicken. Das war es auch schon. Ihr habt alles soweit erfüllt und könnt sofort wieder nach Hause reisen. Eine halbe Stunde Spielzeit ist eigentlich so dann vorbei, wenn ihr alles gefunden und gemacht habt. Je nachdem, wie schnell das dann auch funktioniert. Ja, zusammengefasst müsst ihr also einen Bolzenschneider finden, damit ihr die Geldverstecke leichter knacken könnt. Ihr braucht diese Kleidung, damit ihr so schnell nicht enttarnt werdet, damit still und leise einfach weiter ohne Probleme läuft, ist die Kleidung richtig wichtig. Dann werdet ihr zum Funkturm gehen, dort einfach alles hacken und alle Kameras durchstöbern nach Geldwerten. Und ihr braucht dann noch außerhalb des Gebäudes zwei solche Geldverstecke, die ihr leerräumen könnt, damit eure Tasche randvoll ist und ihr jeden Cent, den ihr tragen könnt, auch mitnehmt. Ein wichtiger Hinweis, bei der Strecke habe ich einen Weg hier so kreuz und kreuz eingezeichnet. Ein Knackpunkt ist dabei diese Hügel. Ganz wichtig dabei ist, im Finale selbst kann ich diesen Weg fahren, beim Ausspähen nicht, weil hier dann ein Zaun im Weg ist. Ja, während der Motorradweg, den ich gerade gezeigt habe, ja im Finale funktioniert, geht es hier beim Ausspähen der Insel dann nicht. Das heißt, wir müssen dann durch diese Tür gehen und das funktioniert eigentlich sehr einfach, tatsächlich zielstrebig auf die Tür zu laufen. Die Kamera wird uns nicht entdecken und nur darauf achten, dass wir gerade nicht von jemandem gesehen werden können, schon seid ihr da durch. Funktioniert jedes Mal sehr gut bei mir, also ich wurde da noch nie entdeckt. Dementsprechend ist das als relativ einfach auch einzustufen, man muss es nur eben wissen. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und das war es von mir erstmal. Ich sage erstmal, weil dieser Heiß natürlich noch sehr am Anfang ist und ich werde sie noch ein paar Mal wahrscheinlich spielen. Und wenn sich dann leichtere Wege ergeben, andere Dinge, die viel, viel interessanter und wichtiger sind, gibt es natürlich Update-Videos dazu. Ganz klar, ansonsten kann ich empfehlen nochmal das Video zum Finale euch anzuschauen, das existiert auch und dann seht ihr, wie man das Finale am Ende spielt. Die Vorbereitungsmissionen sind eigentlich soweit kein Thema, macht ihr in der Lobby einfach fertig und gut ist die Geschichte. Und welche Vorbereitungsmissionen notwendig sind, das erkläre ich im Final-Video, da gehe ich nochmal kurz darauf ein, welche Vorbereitungen notwendig sind. Also schaut euch das ruhig mal eben an, bevor ihr jetzt mit den ganzen Vorbereitungen startet. Schönen Tag fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.